Hei da was geht ab Leute Hong hier Ich habe vor ein paar Tagen was sehr interessantes gesehen beim Kollegen Spiele Trend Moment Die genaue Startuhrzeit des angekündigten Events ist nun in Stein gemeißelt außerdem dreht sich heute einiges so um 100% perfekte Pokémon nicht nur von mir sondern auch von anderen Leuten und ich zeige die So ihr wisst ich habe eine fette Sammlung und ich plane schon ernst lange die irgendwie zu zeigen Video wäre ja sehr getrost zu machen bisher aber nie die perfekte Zeit dafür gefunden das perfekte Timing weil immer irgendwie Events oder so dazwischen gekommen sind und b nie genau gewusst wie ich das machen soll wie ich das zeigen soll Spiele Trend hat glaube ich so neun 100% die konnte er schnell zeigen in einem Video kurz erwähnt ich habe bei weitem mehr also das soll jetzt auch kein Diss an ihnen sein wir sind ja aktive Map User ist klar dass wir da ein bisschen mehr haben als er und habe bisher echt keine Ahnung wie ich das gestalten soll und habe auch jetzt immer noch keine Ahnung wie ich das machen soll schauen wir mal aber aber echt keine Ahnung auf jeden Fall hatte ich irgendwie vor das vielleicht mit Julian also ich habe keinen Kontakt zu ihm aber ich hatte am Anfang auch keinen Kontakt zu Spiele Trend bis ihr das geregelt habt vielleicht können wir dasselbe mit Julian machen weil also ich verfolge ihn nicht sehr sehr regelmäßig aber ich schaue ab und zu vorbei und ich habe gemerkt dass er viele 100% hat genau wie ich auch wenn er eine Weile nicht zugegeben hat dass er aktiv Maps User benutzt aber dann irgendwann hat das zum Glück zugegeben auf jeden Fall der müsste auch relativ viele 100% haben also man kann nicht irgendwie eine Challenge draus machen oder so wie mit den 5 Millionen bei Road to Level 40 bei Spiele Trend aber irgendwie so ein Vergleich mit Julian wäre schon chillig glaube ich aber keine Ahnung also schreibt unten in die Kommentare A wie ich das machen könnte mit den 100% zeigen und B ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt uns mit Julian zu messen vielleicht da irgendwie zusammen eine Videoreihe drauf zu machen weil er viele 100% hat man weiß nicht vielleicht hat er sogar mehr als ich ich hoffe nicht ansonsten zeige ich euch mal jetzt das vorletzte 100% das ich gefangen habe die Map ist seit langem nicht mehr einwandfrei nicht mehr 100% sehr leidend sehr schade ich bin schon sehr lange auf 100% Entzug es gab mal einen kurzen Augenblick wo die Map wieder ging und wir uns einen 100% Krammux geholt haben 100% Glaxo vor kurzem haben wir leider verpasst aber das letzte 100% das wir bekommen haben das zeige ich euch jetzt was geht ab Leute auf dem Weg zu einem 100% Trattini ich war gerade in der Uni in der Bibliothek habe meine Aufgabe erledigt richtig fleißig ich wollte heute ein braver Junge sein aber 100% Trattini einen Stunden Spawn den musste ich natürlich holen ich bin auf dem Weg zwei Leute getroffen ich bin eh auf 100% Entzug Schauen wir mal wenn wir da alles treffen werden ist leider nicht so stark aber für die Sammlung und dann schauen wir mal wie Armee Candies ob wir den pushen werden ob wir den überhaupt entwickeln werden schauen wir mal mal gucken so zweiter Versuch dass wir einen 100% Trattini ups was gewohnt hat fast gar über Bälle geschmissen ist aber drin saftig saftig so das war 100% Trattini ich habe es gesehen ich habe mal einen 100% Trattini verpasst echt leid also nicht verpasst ich habe es bekommen also wie nennt man das ich habe es nicht bekommen ich habe es ich bin begegnet aber es ist leider geflohen erster Ball curve great direkt ausgeflogen und abgehauen war echt leidend aber zum Glück jetzt das 100% Trattini nicht gepusht nicht gemaxt brauche ich momentan nicht erstmal reicht es für die Sammlung schauen wir uns mal geht nicht die Eier schauen wir uns mal hier könnt ihr schon sehen die drei Starter Pokemon von denen habe ich auch 100% wie gesagt keine Ahnung was ich da großartig zeigen soll was man da machen kann außer halt jetzt zeigen dieser Samen habe ich 200% und ein dieser Knosp Glomanda auch zwei ein sehr schwaches und ein mittelmäßiges bis schlechtes und Shiggy nur ein das habe ich nicht genug tut auch gemacht alle drei also ich klicke mal auf einen und zeige euch die Bewertung beste Satz HP Attack Defense 15 alle drei also alle sechs aber alle drei Starter habe ich beim Weihnachtsevent beim Starter Event zu Weihnachten bekommen da liefen die Scanners noch richtig krass und da hat es nur so von 100% gewimmelt ja und da haben wir die meisten 100% Starter bekommen beim Wasser Event gab es dann natürlich noch mehrere 100% Shigis aber im Endeffekt bereist dass ich da nicht noch 1,2 geholt habe vor allem jetzt wo die Scanners nicht laufen aber ansonsten ähm bei dem können wir auch mal die IWs abchecken bester Satz HP Attack Defense 15 so hier könnt ihr bereits sechs meine 100% sehen und alle drei Starter hm wie gesagt für die nächste Folge keine Ahnung was ich da machen soll soll ich danach einfach die Liste runter gehen und zeigen welche ich habe wann und wo ich die gefangen habe keine Ahnung wie viel ich habe ich weiß auch nicht was ihr da genau sehen wollt schreibt es unten in die Kommentare hier wisst es am besten und vielleicht noch zu Bisasam ich habe einen verpasst der ist mir auch leider geflohen mein erster und mit dem Dragonier die einzigen 200% die mir geflohen sind ansonsten habe ich bisher jedes 100% bekommen das ich auch getroffen habe das kann ich noch reinblenden kurz das ist vielleicht nicht ganz witzig weil das war der Abend wo die berühmte Geschichte passiert ist mit dem Scheißen und der Scanner Tour die abgebrochen werden musste aber ich will nicht zu viel vergaten ich blende das nochmal schnell ein ich will mich diesen mittleren Sockel rausnehmen also wenn wir jetzt das losfallen ist 23.12 scheiße einfach im Wald Demi aber wir müssen ja noch nach links so muss es sein verdammt der scheiße also Demi muss scheißen das ist das größte Problem das ist da an der Gabelung deswegen das ist ein anderer Kanal den haben wir noch nicht gestartet wir sehen hier Demi wie er zur Toilette läuft wir müssen ihn zurücklassen echt erstes Opfer ich wollte ihm alles durchgehen was wenn einer hungrig ist oder aufs Klo muss Bages hat schon gefragt sich informiert dann hat Demi richtig behindert geantwortet und jetzt hat das zurückgekriegt Karma echt leidend erstes Opfer tut mir leid Bages Nehmi aber 100% Pisasam das können wir uns echt nicht hingehen lassen das ist echt vorne ja und das ist auch knapp oder? ja die Frage ist wir haben nicht mal angehalten für ihn aus dem laufenden Auto und musste halt raussteigen um auf die Toilette zu gehen Tati keine Gnade ja das ist so man er weiß es doch er weiß selber dass wir recht haben deswegen kann er nicht ja kann er nicht so das war das Pisasam 100% richtig saftig leider verpasst wir haben dafür sogar den Kollegen nicht mal rausgelassen aus dem Auto er musste sogar rausspringen ich habe hier nochmal Julian kurz abgecheckt und seine Videos also da sind schon eine Menge 100% Videos mit dabei da sehe ich da 100% Imperator 300% Capador 100% Imperator hat er schon 100% Flagmon 100% Quaxo scheint zu laufen bei ihm aber nichts was ich auch nicht habe also kein Problem also wäre echt cool wenn ich da irgendwie was mit ihm machen könnte aber ich habe halt echt keine Ahnung wie man das machen könnte und wie ich mit ihm in Kontakt komme aber ich habe halt echt keine Ahnung was man da so machen kann Challenge mäßig oder so irgendwie oder irgendwie zusammen ein Video und zudem habe ich halt keinen Kontakt zu ihm und ich kenne ihn gar nicht also schauen wir mal schreibt um die Kommentare wie ich das machen kann mit den 100% wie ich das euch präsentieren kann und ob ich da mit Julian irgendwie was zusammen machen kann wer weiß echt kein Plan ansonsten das war's schreibt um die Kommentare wie viele 100% Pokemon ihr habt und natürlich wie ich das machen soll und Event startet heute startet in weniger als 2 Stunden schauen wir mal ob ich noch rausgehe ich kenne ein paar Leute die sind jetzt am Schloss bis das Event anfängt und dann wenn das Event saftig ist wird vielleicht die ganze Nacht durchgezockt aber ich werde wahrscheinlich erst morgen loslegen Mittwoch also an dem Tag wo ihr das Video seht und ja schauen wir mal ich habe noch in den Kommentaren wie gesagt alles zu den 100% wie viel ihr habt wie ich das machen kann vielleicht irgendwann eine Idee mit Julian und ob ihr das Event nutzen werdet ich überlege mir grad sogar ob ich mir eine Challenge gebe dass ich 2 Millionen also ich habe grad 23 Millionen ah vergesst was das das seht ihr dann im Event Video beim ersten Tag vom Event darauf kommen wir noch genauer ja ansonsten wie immer liken, subscribe, kommentieren check die anderen wie es so ab folgt mir auf Instagram und Facebook und vergesst nicht Poconones is business